Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Video, wo ich euch über ein paar Dinge aufklären werde, was in der letzten Zeit bei mir passiert ist. Also, ähm, ihr habt ja mein Minecraft-Video gesehen und, ähm, es hat ja ganz gut geklappt. Und dann haben wir versucht, noch ein Video mit meinem gleichen Freund aufzunehmen. Und Raphael ist nicht sein richtiger Name. Also, und das hat nicht geklappt. Er, also, er hat halt früher sehr viel gespielt, halt auch alleine. Und deshalb war es für ihn halt schwierig. Und da hat er uns, also ich hatte noch Nick dabei, ähm, da hat er uns halt zu arg genervt und deshalb konnten wir da nicht weitermachen. Es tut mir leid für die Leute, die unbedingt weitergucken wollen. Ja, also, ich werde mit einem richtigen, mit einem Seed, den man dort auswählen kann, werde ich eine Welt erstellen. Die werde ich nur im Singleplayer spielen. Also nur lokal, also nicht mit Freunden. Das finde ich sehr schade, aber es geht halt leider nicht, weil es dann immer zu chaotisch ist und wer hat welche Items und was. Aber es ist, ich werde es machen, ich werde das andere Video löschen. Also, ja, das wollte ich euch noch sagen. Und, oh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ah ja, ich, ähm, noch kurz was gucken, Leute. Okay, äh, so, und dann, ich hab, ich hab übrigens über 3000 Aufrufe auf meinem, auf meinem Kanal. Das ist mega cool, weil ich hatte, einmal hab ich mal draufgekauft, geguckt, ups, Entschuldigung, ich hab, ich hör mich gerade immer selber. Aber, so, jetzt, also, ich hab da mal draufgekauft und da, da hatte ich nur 1000 und jetzt, ich werde bald ein Jubiläum haben mit 500 Aufrufen auf ein Video. Ihr könnt mal gucken, welches weit ist. Ich sag nur, es ist ein Lied, was ich gemacht hab, als Gedicht. Und es wird bald 5000, äh, 500 Aufrufe haben, Leute. Also, guckt mal in all meinen Videos nach und dann gibt es auf jeden Fall, ja, also, das wird dann 5000 Aufrufe haben. Und mit dem Banner, also, ich würde meinen Kanal gern umbenennen auf Seven, also, S-E-V-N. Aber, das geht halt noch nicht, ich bin halt noch zu jung. Aber, ähm, ja, das wollte ich euch noch gesagt haben. Und, es geht dann bald los mit Minecraft. Nämlich, dass, ähm, ich halt nur Singleplayer spielen. So, Leute, das wollte ich euch noch mal sagen. Und, tschüss, bis zum nächsten Video.